Die letzte große Reise vor dem Finale. Es ist ihre letzte Chance, dem Bachelor vor dem Finale noch ein Stück näher zu kommen. Zeit zu zweit, ein romantischer Ausflug und eine gemeinsame Nacht, wenn Sie denn wollen. Die Dream Dates sind für André Mangoldstab drei Kandidatinnen die wohl bisher aufregendste Zeit. Doch wo verbringen Vanessa? Eva und Jenny eigentlich die letzte gemeinsame Zeit mit André? Beim allerletzten Gruppendate in Mexiko verkündet der Bachelor endlich das paradiesische Ziel. Tipp von André, dort gibt es exzellente Zigarren. Vanessa, Eva und Jenny wollen unbedingt wissen, wohin die Reise geht. Aber André macht es spannend und spielt den Ladies zunächst nur ein Lied vor. Die karibischen Klänge helfen den Mädels aber nicht auf die Sprünge. Mit dem nächsten Tipp fällt dann aber endlich der Groschen, denn der Bachelor verrät, dort gibt es exzellente Zigarren. Beeindruckende Natur, karibischer Flair und Sonne satt, die Dream Dates von der Bachelor 2019 finden auf Kuba statt. Als die Mädels das erfahren, ist das Gekreische natürlich groß. André ist sich sicher, das wird auf jeden Fall nochmal einiges stoppen. Und der Bachelor muss dabei ganz genau auf sein Herz hören, wer bringt es am schnellsten zum Schlagen? Denn André muss nach den paradiesischen Tagen wieder eine Entscheidung fällen, und damit auch ein Herz brechen. Denn es geht um das große Finale der Liebesreise. Musik Musik ?